Die Aktion Willerwald wird den Klimawandel allein nicht aufhalten, aber sie lebt vom Mitmachen und vom Nachahmen. Besonderen Dank an Klaus Kuhn, der die tolle Idee hatte, in Abhängigkeit von der geschossenen Toranzahl neue Bäume zu pflanzen im Willerwald. Herr Ministerpräsident Günther, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie dort sind. Tolle Initiative der Willerwald und für jedes Tor wollen wir elf Bäume pflanzen. Moin zusammen, unterstützt das Projekt ausgesprochen gerne. Ich finde, das ist nicht nur eine sehr originelle Idee, die hier umgesetzt wird. Dass Paulstein diese Aktion unterstützt, finde ich, ist ein super Zeichen und ich bin gerne heute dabei. Glückwunsch dazu. Ja! 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 Vielen Dank.